Vor ca. einem Jahr habe ich ein Video zu der B40T Kompressokühlbox gemacht. Und die Kühlbox und das Video kommen echt gut bei euch an. Allerdings eine Sache, die immer wieder aufkommt, ist die Größe, dass sie entweder zu groß oder zu klein ist. Und deshalb haben wir jetzt Geschwister. Einmal die B50T und die B30T mit 29 Liter Fassungsvermögen und mit 49 Liter Fassungsvermögen. So passen in die kleine Kühlbox zwar keine 1,5 Liter Flaschen mehr rein, das Bier passt aber trotzdem noch aufrecht rein. In die B40T passt wie gewohnt natürlich die 1,5 Liter Flasche aufrecht rein. Und in die B50T passt zusätzlich zum Beispiel noch eine große Plastikkiste unten rein, wo Essen drin gelagert werden kann. Alle Kühlboxen haben die gleiche Trolley-Funktion. Mit dem Auszug könnt ihr die Kühlbox entspannt hinter euch herziehen, was sie zum perfekten Begleiter macht, wenn ihr auch mal weiter von eurem Fahrzeug weg wollt. Was auch bei allen Kühlboxen gleich ist, ist das Zubehör. Es sind zwei Kabel mitgeliefert. Einmal für den 12-Volt-Zigarettenanzünder am Auto und zum zum Beispiel Vorkühlen oder auch für die Gartenparty den Stecker für die Steckdose. Was ich zum Beispiel gerne mache, ist die Kühlbox zu Hause vorkühlen zu lassen auf die Solltemperatur und dann muss sie im Auto nur noch die Temperatur halten. Dann verbraucht sie dort auch weniger Strom. Ihr braucht keine Sorge zu haben, wenn ihr keine Aufbaubatterie habt, dass euer Auto nicht mehr anspringt. Denn jeder dieser Kühlboxen hat einen integrierten Batteriewächter, den ihr in drei Modi einstellen könnt, hoch, mittel und tief. Dann schaltet sich die Kühlbox ab, sobald die Spannung eurer Batterie im Auto unter einem speziellen Wert fällt. Was ihr zusätzlich noch auf dem Display einstellen könnt, sind die beiden Modi Eco und Max. Bei Eco kühlt die Kühlbox langsamer runter, verbraucht aber weniger Strom und bei Max kriegt sie schneller den Sollwert, verbraucht dabei aber mehr Strom. Zusätzlich habt ihr die Plus und Minus für die Solltemperatur und einen USB-Anschluss. Da könnt ihr euer Handy laden, wenn ihr vorm Auto seid, weil das Kabel doch relativ lang ist. Der Deckel ist abnehmbar und hat vier Mulden, wo ihr zum Beispiel Becher draufstellen könnt oder auch Karten spülen könnt oder Essen servieren. Den kann man auch abmachen zum einfachen Abwaschen. Innen ist bei allen Kühlboxen der gewohnte Abfluss. Einen kleinen Stöpsel, den kann man rausziehen. Dann läuft das Wasser ab, was vielleicht innen mal ausgelaufen ist oder wenn ihr die Kühlbox innen auswascht oder sich Kondenswasser bildet. Alle Kühlboxen haben auch den leistungsstarken LG-Kompressor, der sehr leise ist und die Kühlbox, wie schon gesagt, sogar bis minus 20 Grad gefrieren lässt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich versuche sie so schnell wie möglich zu beantworten. Abonniert gerne den Kanal und hier ist ein interessantes Video, wenn ihr mehr Zeit auf YouTube verbringen wollt. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Campen.